Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu meiner Sendung. Heute gibt es meine Lieblingsvorspeise, nämlich Artischocken. Die schmecken nicht nur fantastisch, sondern sie tun auch gut. Sie enthalten Cynarin, das ist ein Bitterstoff. Vielleicht kennt ihr auch den Aperitif Cynar, das kommt daher. Und dieser Bitterstoff, der regt den Gallefluss an, das ist ein richtiges Detox und außerdem enthält die Artischocken Inulin, das ist ein Ballaststoff, der wirkt als Präbiotikum, der tut unseren Darm gut, der Darmmikrobiota gut und regt die Verdauung an. Also etwas, was rundherum gut tut, was ich am schönsten finde, sieht einfach total schön aus, ist ganz einfach zu machen und ist die gemütlichste Vorspeise der Welt. Nicht nur für den Gastgeber, sondern auch für die Gäste. Ich schneide sie einfach ab. Manchmal wird auch gesagt, es wird rausgedreht. Ich gucke immer, dass sie glatt abgeschnitten ist und so stehen kann, weil so steht sie dann auf dem Teller. Ratgeber sagen auch, man soll die Spitzen abschneiden, mache ich auch nicht, weil ich mag sie einfach sehr gerne so. Das Wichtige ist, dass ins Kochwasser ein bisschen Zitrone kommt, das ist damit es nicht allzu braun wird. Ein bisschen braun wird es trotzdem, aber das macht nichts. Dann natürlich Salz, sonst kommt eigentlich gar nichts rein. Das Kochwasser wird auch ausnahmsweise nicht mitverwendet und wenn ihr mehr Gäste habt oder mehr Artischocken haben wollt, ja dann müsst ihr einen großen Topf nehmen oder ich habe mal zur Taufe unseres mittleren Sohnes als Vorspeise Artischocken gemacht. Das habe ich vorbereitet. Wir hatten 50 Gäste und ich habe die alle im Schnellkochtopf gemacht, weil die müssen nicht heiß serviert werden als Vorspeise. Jetzt kommt der Deckel drauf. Je nach Größe braucht das schon so eine halbe Stunde, manchmal auch ein bisschen länger. Im Schnellkochtopf ist es so in einer Viertelstunde fertig, 20 Minuten. Der Trick bei diesen Artischocken ist, dass man sich durch die ganze Artischocke isst und praktisch die Blätter rauszupft, das fleischige Ende in den Dip taucht und einfach lutscht von der Artischocke. Das ist eben sehr gemütlich und ich finde am besten schmeckt dazu eine Guacamole. Dazu braun wir natürlich Avocados, ich mache dazu auch immer Basilikum. Wenn ihr es eilig habt oder kräftig haben wollt, ein bisschen Pesto dran geben, habe ich hier auch noch stehen. Da kommt natürlich Zitronensaft rein, damit eure Guacamole die schöne grüne Farbe behält. Dazu braucht es nämlich die Zitrone. Ihr müsst auch daran denken, dass jeder Gast unbedingt ein Schälchen haben sollte vor sich mit viel Platz, weil da kommen nämlich dann die abgezutzelten Artischockenblätter kommen hinein und das ist eine Menge Heu. Am Ende bleibt dann tatsächlich das Heu erstmal, das muss abgehoben werden, das kann man auch nicht essen, deswegen heißt es Heu und dann bleibt der Boden übrig und den kann man sehr manierlich mit Messer und Gabel essen. Dann gebe ich mein Basilikum da rein. Ja, das ist der Gartenabschied, weil ich glaube das verabschiedet sich jetzt im Herbst langsam und Artischocken gibt es so im Winter, Februar, März. Ich habe eben jetzt im Oktober schon welche bekommen, dann zugreifen wenn ihr sie kriegt, weil es ein tolles Gemüse. Das sind eigentlich Blüten, die eben vor der Blüte geerntet werden als Knospen, sie kommen aus Frankreich in der Regel. Ich wohne ja hier in der Nähe der Grenze, aber mittlerweile gibt es sie auch recht häufig bei uns. Das finde ich toll. Und jetzt noch ein bisschen Salz, Pfeffer mache ich gleich. So jetzt schaue ich mal, sieht schon ganz gut aus. Noch ein bisschen Testo rein, noch Pfeffern, noch ein bisschen Säure dazu tun. Man muss ja auch passen, dass es nicht zu sauer wird, das schmeckt dann auch nicht mehr. So, es darf auch nicht zu sauer sein, weil jetzt kommt noch Joghurt dazu. Den püree ich nicht mit, weil dann wird es immer sehr dünn. Das mag ich nicht so gerne, weil es soll ja ein Dip sein, der auch ein bisschen hängen bleibt, an den Artischockenblättern. So, jetzt probiere ich das nochmal, aber ich glaube, das gefällt mir schon ganz gut. Köstlich. So, das ist jetzt fertig und jetzt gucke ich mal, ob die schon kochen. Ja, tun sie. Also sie müssen nicht mit Wasser bedeckt sein, sie müssen nur im Wasser stehen. Der Test ist ja, dass ich gucke, ob sich so ein Blatt leicht löst und das löst sich ultra leicht. Es hält trotzdem noch so ein bisschen zusammen und es sieht einfach toll und schön aus. Wenn ihr das so serviert könnt ihr schon auf die Teller hin tun, es muss nicht heiß sein. Na ja, und dann gibt es den Dip. Am besten kriegt jeder noch so ein Schälchen oder ein Glas zum Dippen. So, dann habe ich euch gesagt, ihr braucht ja ganz viel für das, was übrig bleibt. Also hier ist das fleischige Ende, das dippt ihr da rein. Jetzt ist es noch recht heiß. Dann kommt es da rein und am Ende der Mahlzeit ist das voll. Und hier findet ihr nur noch den Boden. Jetzt habe ich mich durch den Artischockenberg gegessen. Da seht ihr, was übrig bleibt. Das sind die letzten. So, jetzt kommt das Heu. Das ist nicht wirklich lecker. Also das am besten behutsam abheben. Das ist nämlich wirklich Heu und bleibt bei euch zwischen den Zähnen hängen. Das würde das erheblich trüben. So, wunderbar. Jetzt habe ich hier unten das. Kommt auch noch auf meinen Berg und im Prinzip kann ich jetzt ganz normal und herrlich und sehr zivilisiert ein super leichtes Essvergnügen, was Spaß macht, was gut schmeckt und glücklich macht. Und wenn es euch auch glücklich gemacht hat heute, dann ihr wisst schon, guckt einfach wo ihr Artischocken bekommt und macht es als Überraschung. Ich wette die meisten wissen nicht wie man sie isst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.